Und hey zusammen, willkommen zu einer weiteren Gay-Folge Minecraft Aura. Minecraft Gay-Row. Minecraft Gay-Row, ja, okay, komm, auf den Server. Ach man, wie der Part schon wieder anfängt. Ach, komm mal. Da ist ein Zombie hinter dir, Achtung. Ich bin fast tot, ne, und da ist ein Enner-Mann. Ich hab ein Herz, also beschwere dich nicht. Ich beschwere mich so, wie ich das will. Okay, ist Tuttles Zeug noch in der Kiste? Tuttles Zeug und Izzy sind immer noch auf dem Server. Und es sind einige Stunden vergangen, seitdem ich mit Mordado aufgenommen hab. Hä, warum kommt da nur einer? Ich verstehe das nicht, Leute, tut mir leid. Also ich brauche da echt einen Kurs. Ich esse da jetzt einfach. Ich bin jetzt einfach mal ein Egoist, Alter, ich sterbe sonst. Und der Server leckt übel. Bei mir leckt's nicht. Ich hab gerade gegessen und das hat dann irgendwie voll lang gedauert. Ja, kannst du mir mal kurz irgendwas zu essen geben? Haben wir noch ein Ei oder so? Alter, ich hab ein Herz, beschwere dich nicht. Ja, ein Ei. Und Zucker brauche ich noch. Oh ja, ist das sexy in der Norge. Ja, Zuckerrohr haben wir ja eine Million. Ja. Oh, Ofenkartoffeln. Heißt das, die sind schon gebraten, oder? Ja, wenn's Ofenkartoffeln sind. Ach, ich nehme jetzt einfach nochmal. Oh, knallengebackene Kartoffeln. Kannst du mich bitte kurz beschützen? Bitte. Ich ess gerade, ich ess gerade. Oh. Oh. Sind die auch? Ja. Ach, das sind richtige Kartoffeln. Schon die, die gut sind. Ja, das sind die gebackenen. Was denkst du, was Ofenkartoffeln sonst sind? Keine Ahnung, Kartoffeln, die in den Ofen rein müssen? Oh. Ja, sehr schön. Sehr schön. Erstmal. Mein Leben regeneriert. Ja, ich auch. Ich war so tot. Ich hab ja gegen Enderman gekämpft. Der Lord, er hat mich erhört. Der dunkle Lord. Ich schließe mich jetzt Lord Voldemort an. Der dunkle Lord. Manu, falsch. Wieso falsch? Du darfst. Ja, wie viele Kakteen hast du jetzt rausbekommen? Algen? Ja, weil die Kakteen fallen auf den Kaktus drauf und der Kaktus zerstört Items. Du musst den untersten Kaktus abbauen. Was muss ich? Du musst den untersten Kaktus abbauen. Ach so. Und dann den Kaktus neu hinsetzen. Okay. Dann ist es sicherer, dass sie nicht auf den anderen Kaktus drauffallen und kaputt gehen. Behindert. Ah, der Enderpärle hatte der sogar noch. Stimmt, da steht sogar anbauen. Ich und Maudado haben uns verlesen. Guck mal, Anu. Ach, da steht anbauen. Ja, genau. Weißt du, die haben mich vorhin voll beschuldigt. Komm, erzähl die Geschichte. Erzähl die Story. Wir haben gesagt, ey, Maud, du bist voll scheiße. Warum dürfen wir denn da nicht bauen? Und er so, hey, ich hab doch da nur ein Schild hingestellt. Alter, tut mir leid, aber der Server lag da mal übel. Ich weiß nicht, ob das an meinem Kleinen liegt, aber... Muss es. Bei mir geht alles instant. Wenn ich hier Sachen abbaue, dann fliegen die erstmal eine Stunde in der Luft. Also eine Stunde nicht, aber man merkt schon ganz leicht. Nee, gar nicht. Bei mir gar nicht. Bei mir gar nicht. Ich bin sauber. Hör das doch. Ja. Ja. Ich fühle mich gerade ein bisschen langsam. Ich hab irgendwie... Ich darf so spät nicht aufnehmen. Warum habe ich den Boden eigentlich noch dabei, wenn ich kacke? Ich wollte mich benutzen. Ja, die höre ich die Aufmerksamkeit von dir. Oh. 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 Du ignorierst ihn einfach voll. Oh. Was lasse ich? Ja, die hüpft die ganze Zeit vor dir rum und du ignorierst ihn voll. So ein scheiß Fanboy. Kack, Fanboy. Geht weg. Alter, geiler. Da war das hübsche Haus geworden. Alter, geiler. Geiler, warte ich schon. Aha. Das ist ein hübsches Haus. Darf ich mal deinen Anus berühren? Ja, schön. So, ich mach mal weiter mit den Plattformen austauschen. Ja, äh. Ich wollte eigentlich wieder Monster töten, aber das darf man ja hier nicht, weil hier keine Monster spawnen. Immer spawnen die Monster, wenn man gerade schon am Verrecken ist. Ja, beim Itemboating haben wir entschieden, ihr erwartet jetzt für den Eisenblock. Jetzt. Jetzt, wo ihr alle schon gewartet habt. Genau, jetzt auf einmal. Nein, aber... Ich werde die Jukebox wahrscheinlich runterwerfen. wenn ich sie sehe. Okay. Also als kleine Warnung. Ich bin der Einzige, der die Macht über die Musik hat. Sie liegt in meiner Enderkiste. Achso. Jetzt weißt du ja, dass die Enderkiste ein eigenes Inventar wird. Oh, guck mal Leute, ist das hier nicht schön. Oh, ja. Oh, Badrill. Oh, ja. Ich spreche mit einem eigenen Namen aus. Oh, Badrill, das hast du so schön gebaut. Oh, ja, danke. Aber so voll selber loben. Warum hat der das hier nicht weitergebaut? Schwung oder was? Wer hat was nicht weitergebaut? Der Mordado. Ich dachte, der hätte das hier voll weiterentwickelt. Und perfektioniert. Der hat einen Wasserbruch da reingesetzt. Keine Ahnung, was ein Mordado überhaupt die ganze Zeit gemacht hat. Nee, was soll ich nehmen beides mit? Ist mir jetzt egal, wenn ich runterfalle. Weil der langsame Mensch. Ja, Alter. Ich grab hier einfach Erde über den Boden weg. Ich brauche Erde. Bin ich gerade blind oder haben wir hier keine Erde drin? Nee, ich tue aber 20 gerne reinlegen. Okay. Schild und Holz. Gut. Ich werde jetzt jeden Part, den ich aufnehme, einfach die Farm weiterführen. Ist das nicht geil? Wir hatten 90 Erde. Oh Gott, leck. Oh Gott, leck. Das ist kein Erd. Ey, wo sind die 90 Erde hin? Keine Ahnung. Wo sind die 90... Wie? Ich schau mal 80. Ey, lang, wo sind die 90 Erde hin? Ach! Nein! Das mache ich nicht wirklich, rate mal. Hast du gerade die Blöcke abgerissen und das fällt alles runter? Ja, das ist ja egal, dass die Steine runterfallen. Ich habe hochgeladen. Ach so. Aber zu meiner Verteidigung... Ich wollte dich erst gar nicht fragen. Zu meiner Verteidigung, ich habe nicht hochgeladen, als der Creeper explodiert ist. Das sah auf jeden Fall so aus, als wenn es längen würde. Okay. Als er damals im letzten Pader explodierte, das fand ich nicht fair. Alter, ich habe voll die Lecks. Willst du dein Kürbisschild nochmal aufstellen? Ich will was? Dein Kürbisschild, dass man Kürbisse pflanzen soll. Nee. Ich reiß gerade nämlich hier alles ab. Ja, mach, ist okay. Wer es jetzt noch nicht gerallt hat, der kann sterben, Junge. Äh, naja, wie viele haben denn nach dir aufgenommen? Nicht viele, oder? Ist mir doch egal. Okay. Ich bin schon mit dem Playbee, ist alles egal. Ist egal. Aber ich muss sagen, ich bin echt sehr gemeinschaftsorientiert. Ich bin richtig, richtig gut bin ich einfach. Ja, du bist der beste, Manu. Ja, das ist ja, was andere kann man dazu nicht mehr sagen. Ich bin einfach der Minekraft. Da, nennt mich einfach Notch. Hallo, Notch. Hi. Ich bin Dick. Genau. Hallo, ich bin Notch und ich bin Dick. Und das ist Jackass. So stellt er sich auf der Gamescom dann einfach vor. Äh, auf der Minecon eher gesagt. Auf der Minicraftcon. Oh ja. Ich baue hier ganz viele Kartoffeln an, weil ich bin der Kartoffelnutsch. Oh. Danke, mächtiger Kartoffelnutsch. Ja. Ja, ja. Da kannst du mal sehen, ne? Ja. Eine giftige Kartoffel. Kann ich damit irgendwas machen? Äh, wir müssen aufpassen. Was mache ich? Bin ich doof? Ist alles nicht fertig, oder? Ich glaube nicht. Äh. Ah. Nicht alle Erde abbauen, da wir sonst keine Fliese mehr haben. Schreibe ich mal von uns aber. Ja, das hatte ich auch fast vergessen. Also ich habe nichts abgebaut, aber ich habe das einfach fast vergessen. Ich baue die ganze Zeit Erde ab. Dann ist das Yolo, Mauna, Dolo. Und dann irgendwann haben wir von mir nichts mehr. Das wäre schade. Tollabendor. Klar, wieso schreibst du das überhaupt? Das weiß doch jeder. Der hasst mich. Mal, du hasst mich, Tatl. Woher kommt eigentlich der TNT-Block? Weißt du das? Ja, nee. Von, von denen halt. Besonders du sagst, es ist dein Feld und dann steht denen das explosive Nahrungsmittel drüber. Es ist nicht mein Feld. Die haben ja mein Feld übergangen. Ach so. Und dann hast du ihr Feld ausgenutzt. Ja, nee. Ich habe dann mein Feld einfach so stehen gelassen, wie es war. Alter, die haben es jetzt sogar abgebaut, die Monster. Ach man. Hä, ich habe sie so gerade abgebaut. Ach so. Ach so. Ach nee, die Plattform meinst du da. Ach das meintest du. Ja, diese Plattform, genau. Die habe ich nicht weggemacht. Ja, und dann habe ich halt alles verlagert. Ach so. Ist das fertig hier? Ich will hier kennen den Unterschied nicht. Ach man. Diese komische Minekraft. Genau, das wollte ich tun. Man könnte es eigentlich echt endlos weiterbauen. Aber ich packe das jetzt einfach mal dahin. Das jetzt einfach mal dahin. Yolo Mordadolo. Zack. Ja. Ich bin richtig fresh. Das ist aber fertig. Ich habe nur dieses hässliche Holz. Das geht mir richtig auf den Sack. Ich habe nur dieses Arcadia Wood. Ach krass. Ich renne jetzt mal wieder ein bisschen mehr. Können mich alle am Arsch lecken, ey. Von wegen Hunger. Ich shoppe keinen Hunger. Was soll das hier eigentlich? Was ist das? Das ist dieser Block, der nicht zerstörbar ist. Der eigentlich ganz tief ist. Keine Ahnung, warum der hier mitten auf der Insel ist. Ich töte den Creeper. Habe ich auch schon so lange überlebt. Aber es war halt einfach unser Gott. Ist mir doch egal. Gott hatte keinen Kopf mehr. Das ist kein Gott mehr für mich. Ja, aber wenn wir den Kopf wiederbekommen hätten, hätten wir ihn vielleicht reer... Ja, wir haben ja noch alles. Wir haben ja noch die Mats für Gott. Wie wäre es denn, wenn wir nach unten gehen und da eine riesen, ähm, hier, Zuckerplantage bauen? Wäre das nicht toll? Wäre das nicht richtig minikraftig? Geht nicht. Okay. Obwohl doch, wenn wir den Boden ersetzen, würde es gehen. Aber dann verlieren wir die Erde beim nächsten Mal. Und das ist kacke. Oder? Kann man hier runterfallen? Nee, ne? Ich mache einfach mal Yolo Morda Dolo. Ja, passt. Ich würde so gerne mal sterben. Okay, ich habe zwei Erdblöcke verschwendet, aber mein Gott. Na gut gemacht. Aber Yolo Morda Dolo, ne? Ja, passiert in den besten Familien. Ne, das geht nicht. Ach, Mann. Ah, da habe ich auch noch gefangen. Schade. Ich wäre dafür, dass wir, äh, irgendwo an einem unerreichbaren Ort noch eine, äh, unendliche Wasserquelle setzen. Hier liegen noch Bratkartoffeln am Boden. Die hat Adi vorn auf dich gekotzt. Okay. Oder wieder in die Kiste rein. Damit, falls wir das irgendwann mal verurschteln sollten, dass wir das dann wieder haben. Ich lege die, äh, ich räume die Kiste hier rüber übrigens. Okay. Ja, ist doch kacke, wenn die in der Luft fliegen. Ja. Die Enderkäste muss jetzt dafür immer bleiben. Ähm. Wie wäre es denn, wenn ich jetzt echt nur eine Plattform für die Zuckerrohre bastle? Hier in die Richtung vielleicht. Okay. Oder hier so. Ja, ich nehm, ich baue die mal hier hin. Ähm. Wir bauen Erde und Wasser. Ich baue das jetzt einfach mal mit Holz. Damit das schön wegbrennen kann. Das fände ich echt cool. Ja. Würde ich auf jeden Fall unterstützen. Ja, danke. Boah, ich, wenn, wenn der Kiste was passiert, dann bin ich einfach schuld. Was mache ich dann? Richtig traurig. Ja, aber da sollte kein Creeper hinkommen. Auf keinen Fall. Ich baue vielleicht dann nochmal einfach eine Sicherheits-Zaun. Genau, beleuchten sollten wir. Hier sind überall Fackeln. Also überall wo Gegner spawnen können, soweit ich weiß. Ich habe ja so Angst, hier gerade runterzufallen, ne. Das glaubt er mir gar nicht. Ach, so. Alter, wie viel Zeug. Erstmal alles in der Kiste. Es ist das geil. Erstmal alles wegwerfen. In einem Part. Ja. Oder alles ins Inventar packen und drunter springen. Ist noch cooler. Das ist jetzt zwar ein bisschen nah da dran, aber scheiß drauf. Du, Alter, man hat immer so wenig Zeit. Ja, schon. Ich habe aber einen Timer an. Ja, ich habe auch einen Timer. Oh. Immer. Schon. Genau. Jetzt sind wir jetzt nicht alle folgen. Oh, fuck. Was ist das? Ich habe nichts mehr. Hilfst du mir bei dem Bau hier? Nein, ich baue gerade die Kisten. Ach, Mann. Ich dachte, du hilfst mir. Aber danke für deine Darfragen. Holz. Holz. Okay. Holz, 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 Holz. Ähm. Und um sicher zu gehen, baue ich vielleicht nochmal um das Lager herum auch nochmal mehr Zaun. Dass da kein Creeper hinkommt. Auf keinen Fall. Alter, hier fällt zu viel Erde runter, aber ich habe, es geht einfach nicht besser. Äh, können denn Monster eigentlich auch auf Dingenspawn, auf, ähm, Erdblöcken, wo Samen sind? Machen die das? Ich weiß es nicht. Ja, ne? Wirklich klar. Müssten sie ja eigentlich. Oh Gott, es wird Nacht, es wird Nacht. Nein. Ist mir doch egal. Ich finde das toll. Ähm. Wie macht man das am effektivsten? Ach, keine Ahnung, muss da sowieso rundherum Wasser sein, ne? Dann kann man das eigentlich echt so, ja, das mache ich so. Dass ich hier dann noch so ein, ja, ich probiere es einfach mal. Kann sein, dass es da eine effektivere Methode gibt, aber... Klappt zu selten. Die Erde muss man später austauschen. Ich brauche jetzt auch wieder ein bisschen Erde, ne? Für die Aktion hier. Oh, Taddle hat ja 50 Stück, hat er ja gemeint. Oh, Taddle hat 50 Stück. Oh. So, dann will ich hier ein paar... Zäune? Ja, mach hier mal bitte ein paar hin. Ein paar Fackeln, falls du welche hast. Ich mach gerade Zäune. Oh. Okay. Haben wir noch Schilder? Ja, ich habe sieben Stück hier. Warte, ich weiß hier raus. Oh, da ist schon direkt ein Monster gespawnt. Fight! Ja, ich bin richtig cool. Ähm. Zuckerrohrfarm. Bitte behandelt sie... Achtung, ich höre noch. ... sie gut. Manu? Ja? Deine Zuckerrohrfarm ist eine Monster-Spawn-Plattform, das weißt du. Ich weiß, ja, deswegen will ich ja, äh, das Ganze ausleuchten. Was ist los? Ich hatte auch, ähm, ganz viel Holzkohle gemacht. Genau, hier ist es. Alter, die Nacht hat schon angefangen und dann links daneben ist diese Plattform und die ganzen Skelette gleich zu dir rüberschießen. Finde ich voll gut. Ja, würde ich positiv bewerten. Ja, ich auch. Wie alle meine Videos natürlich. Und deine auch. So. So, machen wir einfach mal. Ach, guck mal, hier ist der Putzicke, wo bist du denn? Ha, 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 ha. Du könntest an der linken Seite ein paar Zäune hinpacken, falls du noch welche übrig hast. Wenn du verstehst, was ich meine. Äh, ja, ich hab 40 Stück. An der linken Seite? Ja. Dass man da nicht runtergeschubst wird, oder was? Genau. Weil da werde ich auch nicht weiterbauen. Das ist ja klar. Ja, aber unsere Zeit ist sowieso um. Ja. Geht. Also, ein bisschen haben wir noch. Ich baue hier nochmal ganz kurz die Bäume ab. So, noch mal mein Zeug. Wo bist du da reingepackt? Da rein, ja. Alter, ist doch nicht dein Ernst. Wie soll ich denn da hinkommen? Also, klar, ich mach's gerade schon vor, aber ich find's ein bisschen krass, wie groß die Bäume werden. Krieg die gar nicht so schön abgebaut. Hilfe, mal Hilfe. Hilfe. Mein Pat ist schon über... Nein, noch nicht. Nee, 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 nee. Ich habe doch einen Timer. Was ist los mit dir? Ich habe auch einen Timer. Ich habe sogar gerade drauf geguckt. Deswegen dachte ich gerade so, ne. Ja, aber wir sollten jetzt wirklich mal Huli Guli Zack Zack machen. Deswegen bewertet unsere Parts. Die Parts kamen auch gleichzeitig, auch wenn sie eine andere Folgennummer haben. Darauf haben wir extra geachtet. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zürzenen. Bis dann. Tschüss, Leute. 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 Tschüss. Tschüss. Vielen Dank.